Dass ich immer den Kürzer entziehe. Verstehst du? Weißt du, ich war verrückt nach dir. Und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da hab ich geweint und ich hab dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay. Aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, weil es mir so zuwider war. Und gerade dann sollte man Sex haben, Tom. Frau Dr. Funke ist nicht da. Wirklich? Frau Dr. Funke? Hallo? Hören Sie, ich darf Ihnen niemanden reinlassen, also verschwinden Sie. Sie stecken hinter den ganzen Anschlägen auf Frau Dr. Funke. Sie haben nur drauf gewartet, dass Sie das Haus verlässt, damit Sie in aller Ruhe an die Juwelen rankommen. Jetzt tun Sie nicht so. Ich war, ich darf Ihnen immer nochwhite Figuren faller. Frau Dr. Funke ist nicht da. Das war kein Die Hand zusammen. Blech journey auf den Grund God Chengaterial. Untertitelung des ZDF, 2020